Willkommen zu einem Zusatzvideo, zu einem Zusatzvideo hier im Rahmen des Themas Konventionen. Denn da hätte ich euch gerne noch was erzählt oder gibt es noch zusätzliches zu erzählen zu Designrichtlinien, zu Styleguides. Und zwar einmal zu den Hersteller-Styleguides und dann hinterher auch ein bisschen zu eigenen Styleguides, was man da so machen kann, was man da nicht machen sollte. Ich kann natürlich bei beidem nicht mega umfangreich werden. Das heißt, ich gehe nicht durch alle Styleguides mit euch und bespreche alle Eigenschaften von Apple-Designrichtlinien und Microsoft-Designrichtlinien und so weiter und so fort. Das führt ja viel zu weit. Und auch was in so einen eigenen Styleguide hineingehört, das will ich nur ein bisschen exemplarisch mal darstellen, damit man vielleicht einen Sinn dafür finden kann, was denn da so hinein muss. Wenn man dann wirklich einen gestalten will, dann sollte man sich nochmal genauer dazu was angucken oder auch vor allen Dingen sich viele Styleguides mal ansehen, denn dann sieht man auch, was gut ist, was sich vielleicht bewährt und was sich nicht bewährt. Ja, Designrichtlinien, der Bild der Betriebssystemhersteller, da habe ich gesagt, das hat damit zu tun, dass man ein einheitliches Look and Feel haben möchte, dass Windows-Programme wie Windows-Programme wirken und Mac-Programme wie Mac-Programme und so weiter und so fort. Und diese Styleguides haben teilweise Begründungen, aber oft schlechte Begründungen und da sehen wir gleich auch ein paar Beispiele dafür. Ich möchte euch aber erstmal zeigen, was gibt es eigentlich da alles für Styleguides und dann ist manchmal interessant reinzugucken, dass es dann in einigen Bereichen mal was Interessantes gibt, dass man sagt, ah, dieser Styleguide, der lohnt sich an dieser Stelle vielleicht auch mal ein bisschen allgemeiner, dass man da mal hinguckt, weil die da zum Beispiel eine schöne Technik für irgendwas beschreiben. Und wir fangen mal an mit Microsofts Styleguides und da gibt es interessanterweise zwei. Das eine ist Design and UI for UWP Apps, Universal Windows Application heißt das oder Universal Windows Plattform. Das ist die Idee dieser Modern Style, dieser Metro Apps, die dann quer über verschiedene Anwendungen hinweg funktionieren. Und dafür gibt es Styleguides und es gibt auch noch Styleguides für die klassischen Anwendungen, Windows Desktop Applications User Interface Guidelines. Die sind teilweise schon älter, teilweise werden sie aber auch weiterentwickelt, ganz unterschiedlich. Aber interessant ist auf jeden Fall, was da so drin ist. In dem für die UWP Apps ist das Interessante, es gibt eine sehr intensive Beschreibung aller Interface Elemente, inklusive so ein Programm, was man runterladen kann, wo man die alle durchprobieren kann und auch mal sieht, wie die gedacht sind, wie die in der Nutzung eigentlich gedacht ist. Ich habe schon gesagt, die Idee bei UWP ist, alles zusammenzufügen. Also das gleiche User Interface auf Fernsehen, Smartphone, Tablets und PCs. Gut, das mit den Smartphones hat sich bei Microsoft erledigt, das haben sie wieder drangegeben, aber das war ursprünglich auch mit drin. Interessant sind die Hinweise zum Icon Design, denn die passen gut auf das, was wir hier beschrieben haben und sind sehr praxistauglich anwendbar. Dann aus dem Bereich der klassischen Windows-Anwendung, der Win32-Anwendung, wie man ja so gesagt hat, da gibt es erheblich mehr User Interface Elemente, das ist auffällig, denn es gibt nicht diesen Fokus auf Touch-Interaktion. Und durch Touch fällt manches weg, alles, was ein bisschen filigraner ist, ist dann weggefallen. Und in den klassischen Anwendungen gibt es die noch. Das Interessante ist, es sind häufig Alternativen angegeben. Da steht, wenn dieses und dieses sich nicht eignet, dann denkt doch auch mal darüber nach. Das ist auch durchaus interessant. Die widersprechen sich teilweise, also diese Guidelines widersprechen teilweise sehr stark den UWP-Guidelines, zum Beispiel was Farbgestaltung angeht. Das ist teilweise krass. Das sehen wir gleich nochmal an einem etwas älteren Beispiel, wenn es da wieder um Windows 8 Empfehlungen geht. Empfehlenswert aus diesem Bereich der klassischen Windows-Anwendungen sind die Hinweise zur Farbauswahl. Denn da stehen wirklich interessante Dinge drin, was davon ausgeht, wie man Farben wählen sollte und wie man zueinander passende Farben wählen sollte. Anderer Hersteller, ganz anderer Hersteller, viel modernerer Hersteller in Bezug auf Betriebssysteme. Google. Google ist natürlich ein großer Betriebssystemhersteller. Klar, dahinter steckt ein Linux, aber die ganze Oberfläche, da hat Google ja viel gemacht und viel investiert. Und Googles Design heißt Material Design und ist entsprechend im Internet anzugucken. Und das Interessante ist, es gibt unglaublich viel Material. Das heißt, ihr könnt da Fonts runterladen, ihr könnt Farbpaletten runterladen, ihr könnt Iconsätze runterladen. Und da das Open Source ist, könnt ihr das beliebig verwenden für das, was ihr braucht. Im Zweifelsfall guckt er mal in die passende Lizenz, ob man das vielleicht irgendwo erwähnen muss. Aber man kann es auf jeden Fall für andere Projekte verwenden. Das ganze Material Design von Google ist so gedacht, dass man es woanders verwendet. Das heißt, es gibt auch Anwendungen in Material Design für iOS. Es gibt Material Design Sachen im Web. Es gibt Material Design Sachen für Android natürlich. Und im Prinzip auch für Windows und für Mac. Das heißt, sie haben eigentlich ein Design gemacht, von dem sie sagen, das ist so allgemein und hat so allgemeine Regeln, dass das eigentlich überall anwendbar ist. Und das ist gut. Also man darf es ja vielleicht gar nicht so laut sagen, aber das haben sie gut gemacht. Das heißt, sie haben eine gute Designrichtlinie gemacht, die zu sehr viel von dem, was wir hier erzählen, passt. Vor allen Dingen auch mit der interessanten Grundhypothese, dass wir eine Oberfläche haben, oder nicht Hypothese, sondern Grundgedanke ist es bei Ihnen ja, dass wir eine Oberfläche gestalten von Flächen, die in verschiedenen Tiefen sich zueinander verhalten. Und das ist natürlich genau passend zu unserer Hypothese von einer Welt von Objekten, die beleuchtet sind und einander verdecken. Sehr interessant sind diese Hinweise zur Bidirektionalität. Das findet man in vielen anderen Designrichtlinien nicht so genau. Und da gibt es Angaben dazu, was da alles gespiegelt werden muss und was nicht. Also ihr seht hier zum Beispiel, dass hier vieles gespiegelt ist, aber eben auch nicht alles gespiegelt ist. Zum Beispiel das Häkchen, das ist ein Zeichen, dieser Haken. Der ist nicht in sich gespiegelt. Wohl aber der Lautsprecher oder auch der Telefonhörer. All diese Icons sind gespiegelt worden. Und auch das Zurückzeichen zeigt dann, wie ein Playzeichen bei uns, nach rechts. Also da sind entsprechend sehr interessante Angaben dazu, wie man bidirektionale User Interfaces macht. Apple leistet sich gleich mehrere User Interface Guidelines für die verschiedenen Betriebssysteme, die sie haben. Hier habe ich aufgeschrieben Mac OS, iOS, Watch OS, TV OS, CarPlay und es gibt sogar noch iPad OS. Das ist ja neu dazugekommen quasi als Abspaltung von iOS. Apple war natürlich mal der große Vorreiter in User Interface Guidelines und die alten User Interface Guidelines anzugucken, lohnt sich. Vor allen Dingen die aus den 90er Jahren, diese User Interface Guidelines sind sehr interessant zu lesen. Denn es gibt interessante Begründungen da drin und die sind oft auch gar nicht schlecht, die Begründungen, die da drin stehen. Heute ergeht sich, Apple leider häufig in Einzelbeschreibungen, wie einzelne Elemente aussehen und verwendet werden müssen. Ist relativ uninteressant geworden, da rein zu gucken, wenn man nicht für Apple gestalten will. Interessant sind die Interface Guidelines für Watch OS, also für die iWatch. Ich habe keine, aber hier würde sie ja sitzen, wenn ich eine hätte. Und dieses Watch OS hat interessante Forderungen, zum Beispiel wie Glanceable und Actionable. Glanceable heißt, man muss es auf einen Blick erkennen können. Also man muss auch irgendwo sitzen können, wie man so manchmal auf die Uhr guckt. Ihr kennt das ja eher, es ist langweilig. Ihr sitzt in der Vorlesung, es ist langweilig und ihr wollt nicht irgendwie so da gucken, sondern man muss da so drauf gucken können und muss das dann trotzdem wahrnehmen können. Und Actionable, also dass man mit den Dingen auch interagieren können muss, dass man eigentlich alles, was da auf dem Display ist, auch interagieren kann. Das sind interessante Angaben, vor allen Dingen für solche Arten von Geräten und dafür interessante Forderungen. Ich habe euch schon gesagt, die Guidelines sind alles andere als konsistent. Teilweise in sich nicht konsistent, aber auch untereinander vor allen Dingen nicht konsistent. Und das ist sehr prägnant, wenn man sich Microsoft Windows Guidelines aus verschiedenen Jahren anguckt, aus verschiedenen Jahrzehnten jetzt sogar in diesem Falle. Und wenn man hier mal guckt, das ist sehr lustig. Ich habe einmal oben Windows 95 User Interface Guidelines. Windows 95 war ja auch das Betriebssystem, wo Microsoft mal richtig ein neues User Interface entwickelt hat und sich mal sehr viele Gedanken dazu gemacht hat. Das haben sie bei Windows 8, glaube ich, auch gemacht, aber bei Windows 95 waren sie erfolgreicher damit, um es mal milde auszudrücken. Und was steht bei Windows 95? The colors you use should fit their purpose. Muted, subtle, complementary colors are usually better than bright, highly saturated ones, unless you are really looking for a carnival-like appearance. Carnival-like appearance heißt so Jahrmarkt, also Kirmes. Wenn es wie Kirmes aussehen sollte, dann kann man natürlich bunte Farben nehmen, aber ansonsten sollte man sich doch bitte zurückhalten. Ja, das passt doch genau zu dem, was wir ja auch gesagt haben und würde auch passen zu solchen Sachen wie Ablenkungsfreiheit und sowas. Und was schreiben sie bei Windows 8 bzw. Windows 8.1 User Interface Guidelines? Allein das obere ist schon interessant. Take full advantage of the digital medium. Remove physical boundaries to create experiences that are more efficient and effortless than reality. Being authentically digital means embracing the fact that apps are pixels on a screen. It means designing with colors and images that go beyond the limit of the real world. Ja, natürlich kann man über die Limits der realen Welt hinweggehen, sonst würden wir ja gar keine Computer benutzen müssen. Nur, dass wir ein Wahrnehmungssystem haben, was eben nun mal für diese Limits of the real world gedacht ist, das hat man bei Microsoft nicht wissen wollen wahrscheinlich und hat dann gesagt, naja, gehen wir doch mal darüber hinaus. Okay, jetzt schauen wir mal, also Use Typography Beautifully ist natürlich so eine Angabe, die sowas so sinnvoll ist wie, wie schreibe ich einen guten Roman, mach ihn spannend. Das hilft einem nicht, ne, Beautifully. Aber dann kommt Use Bold Vibrant Colors. Also genau das Gegenteil von dem, was bei Windows 95 noch angesagt war. So ändern sich die Zeiten und so ändern sie sich teilweise auch wieder zurück, wenn man sich das anguckt, wie das bei Windows 10 aussieht, wo man ja doch wieder in muted, subtle, complementary colors unterwegs ist. Da passt es ja wieder alles gut zueinander. Dazu, dass es in sich manchmal inkonsistent ist, habe ich auch in einer User Interface Guideline von Microsoft was gefunden. Hier in einem Buch, How to Create the Best User Experience for Your Application von 2006, also nicht ganz neu, aber auch nicht uralt. Und da steht etwas drin, von dem ich mir gar nicht vorstellen kann, dass eine und dieselbe Person diese beiden Sätze hintereinander geschrieben hat. Ich nehme mal an, da hat jemand einen Satz dazu geschrieben. Oder aber diese eine Person hat manchmal ganz große Schwierigkeiten mit sich selbst. Denn wenn ihr das mal lest, ich klicke es nicht, wie das hintereinander passt. Es geht um generische Buttons und ob man sie verwenden soll oder nicht. Hier steht hier, instead of yes, no, cancel buttons, use texts that clearly state the result of clicking the button, such as save file and exit, exit without saving and don't exit. However, stick to the standard yes, no, okay, cancel and such standard buttons whenever possible. Familiarity makes for great productivity. Die bringe ich nicht zueinander. Also man soll ja, nein, nicht verwenden, denn konkret ist besser. Aber man soll es immer dann verwenden, wenn möglich. Das kriege ich einfach nicht in einen Gedanken. Das passt überhaupt nicht zueinander. Ich weiß nicht, was man dann machen soll. Überhaupt ist die Sache mit den generischen Buttons eine offensichtlich umstrittene Frage bei Microsoft, durchaus aber mit interessanten Gedanken teilweise. Wenn wir hier mal reingucken, hier steht, use yes and no buttons only to respond to yes and no questions. Das ist natürlich okay. Also wenn schon ja und nein, dann sollte ja und nein natürlich nur auf Fragen antworten, die auch ja und nein verlangen. Gut, und dafür soll man nicht okay und cancel verwenden. Ja, gut. Nehmen wir mal an, das ist jetzt erledigt. Wir sagen nicht yes and no. Was steht dann da drunter? Prefer specific responses to yes and no buttons. Jetzt sind wir wieder auf dieser Seite. While there is nothing wrong with using yes and no, doch, is, specific responses can be understood more quickly, resulting in efficient decision making. Stimmt. However, confirmations usually have yes and no buttons to make users give the confirmation some thought before responding. Das ist interessant. Das heißt, hier wird das Argument quasi aufgemacht, dass man yes and no verwenden sollte, wenn man möchte, dass die Leute darüber nachdenken. Das ist durchaus interessant. Und das findet man hier auch nochmal, wo hier geschrieben steht, For confirmations, we don't want users making hasty emotional decisions. To encourage users to think about their response, we need to provide a small decision-making speed bump. When practical, it's usually better to do this by carefully phrasing commit buttons. For example, we can use additional language to indicate that there is a reason not to continue. Okay, das heißt, man möchte nicht, dass es unten so konkret ist, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was man tut. Das ist ja interessant. Das heißt, Microsoft sagt, das hier ist schlecht. Also hier in diesem Fall hier des Deinstallierens, wo das Deinstallieren dafür sorgen kann, dass irgendwas anderes nicht mehr funktioniert, da möchten sie nicht, dass man diesen Text nicht liest. Weil dann ist man geneigt, man sagt einfach Deinstallieren, dann drückt man gleich wieder auf Deinstallieren. Deswegen solle man doch besser das machen. Und das glaube ich, das ist Unsinn. Hier unten steht, In this example, using yes, no, commit buttons forces users to at least read the main instruction. Das kann passieren, aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich fürchte, dass die Leute auch dann oft das nicht lesen, weil wenn man sagt Deinstallieren, dann ist die nächste Frage ja häufig, Wollen Sie das wirklich? Und wenn ich gar nicht lese, was da steht und klicke als nächstes wirklich auf Ja, und die Frage ist ja auch, wollen Sie das wirklich hier oben, dann hilft das doch überhaupt nicht. Also da, glaube ich, läuft Microsoft fehl an dieser Stelle. Und ich glaube nicht, dass das hier besser ist. Das heißt, das liegt ja schon daran, wo ist denn die Information, weswegen man das nicht sollte? Wo wird das denn klar? Das steht irgendwo in diesem kleinen Text, eben kleingedruckten. Das ist keine gute Idee. Da müsste man ein anderes Design machen. Man könnte zum Beispiel sowas schreiben wie really uninstall. Oder man macht tatsächlich etwas hin, dass man nochmal ein Häkchen setzen muss, dass man wirklich verstanden hat, was die Implikationen sind oder sowas. Man kann sich da was einfallen lassen. Aber das ist das nicht, worum es geht. Das hilft nicht, glaube ich. Und andere sind auch genau anderer Meinung. Begründung, hier ist die Linux-Distribution Elementary OS. Eine Linux-Distribution, die sich eine grafische Nutzungsoberfläche zusammen definiert hat, die sehr der Mac-Oberfläche ähnlich sieht, generell sehr auf Design-Wert liegt. Und da drin steht, okay is not okay. Das finde ich interessant. Und die Begründung? When presenting a dialogue to a user, always use explicit action names like save or shut down. Consider how okay lets users proceed without understanding the action they are authorizing. Genau das gegenteilige Argument würde ja für ja auch zutreffen. Not all users will read the question or information presented to them in a dialogue. Using specific action names will make it harder for a user to select an unintended action and may even encourage them to read the presented information before making a selection. Also genau das gegenteilige Argument. Interessant. Soviel zunächst einmal hier zu diesen Guidelines, zu den User Interface Guidelines. Und wir kommen darauf übrigens nochmal zurück, zumindest auf so eine Entwicklung. in dem Tellerrand-Thema, da zeige ich nämlich mal Änderungen, die sich ergeben haben bei Windows im Explorer. Und da gibt es auch so viele Verbesserungen und dann wird auf einmal wieder was schlechter. Das ist durchaus interessant, aber kommt erst in einer anderen Woche, in der nächsten Woche. Und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was zu Guidelines, zu User Interface Guidelines, die man sich selber macht, also Design Guidelines für eigene Projekte. Denn Style Guides sind natürlich auch sinnvoll für einen selber. Das heißt, man ist ein Entwickler, vielleicht in einem Unternehmen und das Unternehmen hat viele solche Projekte und man möchte, dass es eine gewisse Gleichheit gibt über diese Projekte hinweg. Aber auch innerhalb der einen Software selbst könnte das interessant sein, weil man kann auch da schnell inkonsistent werden. Denkt an das Moodle-Beispiel, was ich euch gezeigt habe, wo die Buttons oder beziehungsweise die Elemente zum Neuanlegen von Elementen immer anders aussahen. Mal waren es Buttons, mal waren es Links, mal waren es Icons. Das ist dann das Problem, was passieren kann, wenn man sowas nicht hat. Und dafür kann man sich ein Style Guide anlegen, indem man solche Dinge festlegt. Man schreibt also da rein, wie man Dinge nennt, wie man Dinge aussehen lässt, welche Arten von Elementen man wofür benutzt und verständigt sich auch darüber, wie bestimmte Dinge sein müssen. Zum Beispiel auch, wie viele Elemente in einem Menü sind oder sowas. Das muss nicht begründet sein. Es muss nur so sein, dass man sich daran halten kann und dass man eine Einheitlichkeit dadurch herstellen kann. Es wäre natürlich schön, wenn ihr das auf eine Art und Weise macht, dass was Ergonomisches dabei rauskommt. Das würde mich freuen. Aber der Style Guide an sich legt das ja nicht fest. Und ihr müsst auch die ergonomischen Begründungen nicht dort hineinschreiben. Ich schaue jetzt mal für euch in einen Style Guide hinein, und zwar in den Style Guide der Uni Paderborn. Und die Universität Paderborn hat einen Style Guide für die Websites. Denn Uni Paderborn hat natürlich viele Internetseiten und die sollen auch einheitlich aussehen, dass man das erkennt, dass das zusammengehört, dass das nicht so zusammengewürfelt aussieht. Und da ist Unmengen drin definiert. Schaut euch mal dieses Bild an und wie viele kleine Zahlen darauf verweisen. Da sind Abstände definiert, da sind Farben definiert, da sind Größen definiert. Da ist definiert, wie Kontakte dargestellt werden, also wie man zum Beispiel Adressen aufschreibt. Der Aufbau der Interaktion ist beschrieben, also wie funktionieren die Menüs und wo sind die Menüs. Teilweise ist die Wortwahl beschrieben. All das sind so Dinge, die man darin beschreiben kann, die dafür sorgen, dass es einheitlich werden kann. Wer die Websites der Universität Paderborn kennt und dann vor allen Dingen so Systeme kennt wie Paul und Panda, die ja von woanders kommen, die ja nicht diesem Type-3-Website-Umfeld entsprechen, wie hier auf der linken Seite zu sehen, der merkt, manchmal ist es nicht ganz weit damit her. Aber im Großen und Ganzen, also zumindest das Grobe ist auch da drin, also dieser Fuß ist zum Beispiel drin, der Kopf ist drin und solche Sachen. Auch die Farben, an die wird sich entsprechend gehalten. Farben sind sowieso mit, für so ein einheitliches Design, mit eine der wichtigsten Sachen, denn eine Farbänderung ist immer etwas, was sehr schnell auffällt. Also gerade wenn man die flächigen Farben wie Hintergrundfarben oder ausgezeichnete Elementfarben hat, da sollte man darauf achten, dass man da Einheitlichkeit hat. Und die Uni zum Beispiel schreibt diese Farben hier vor, eine Primärfarbe, dann einige Sekundärfarben. Und schaut mal, also die Primärfarbe ist ein Dunkelblau, dann haben wir einen Cyan-Ton, der gar nicht Cyan ist, glaube ich, sondern auch ein Blau ist, wenn man sich das mal anschaut. Dann haben wir zwei Grautöne und unten steht noch, wofür die verwendet werden. Also die Sekundärfarbe wird als Linkfarbe und Schmuckfarbe für Linien verwendet. Primärfarbe für den Hintergrund der Hauptnavigation ist alles angegeben, wofür das ist. Und auch diese beiden Grautöne sind angegeben. Jeweils auch noch interessanterweise in mehreren Farbcodierungen, also einmal in RGB und das gleiche noch in Hexadezimal, ist auch RGB. Also zweimal angegeben hier, welche Farbe das ist für Bildschirm. Das gleiche bräuchte man natürlich für den Druck auch nochmal, sowas gibt es dann an anderen Stellen auch. Und unten sind fünf Ergänzungsfarben, die man verwenden kann, wenn man etwas auszeichnen will. Hier an der Uni hat man sich entschlossen, die dann auch zu verwenden für verschiedene Fakultäten. Ja, da kann man ein bisschen auch mit auf Kriegsfuß stehen, sei es aber drum an dieser Stelle nicht so wichtig. Wir wollen ja nicht über die genaue Auswahl der Uni Paderborn sprechen, sondern wie man das definieren kann und was man definieren kann. Und da ist das Beispiel hier durchaus gut gelungen. Wenn man natürlich in Styleguide schreibt, dann sollte man die ergonomischen Kriterien im Hintergrund behalten. Also sollte sowas wie Minimalität, Lokalität, was zur Farbgestaltung, zur Erkennbarkeit, Ablenkungsfreiheit und solche Sachen alle mit im Kopf haben und entsprechend gestalten. Also vor allen Dingen das, was wir bei Präsentation hier hatten, das kommt in so einem Styleguide sehr intensiv vor. Dann kann man natürlich sagen, das wäre ja jetzt quasi ein herstellerspezifischer Styleguide. Die Universität Paderborn ist jetzt kein Hersteller, aber es ist zumindest ein Anbieter, eine Institution. Und dann kann man sagen, für das einzelne Projekt mache ich nochmal einen konkreteren Styleguide, damit ich sage, ja, sagen wir mal, das eine ist der Styleguide für meine Softwarefirma und damit alle meine Software einigermaßen einheitlich aussieht, mache ich mir einen Styleguide und dann mache ich mir meine neue Anwendung Supercontroller, mache ich mir wieder einen Styleguide und da schreibe ich weitere Sachen rein, aber nicht nochmal das Gleiche. Ich kopiere also nicht den anderen Styleguide und füge da nur was hinzu, sondern ergänze lediglich. Und da sollte man dann auch viel konkreter werden, also zum Beispiel, welche Begrifflichkeiten hat man verwendet, welche User Interface Elemente verwendet man jetzt hier genau wofür, wie ist die Navigationsstruktur, wie ist die Anwendungsstruktur, welche Modi gibt es und solche Dinge, das kann man alles da dann reinschreiben und man sollte es dann tun in konkreten Bezug auf die Entwicklungswerkzeuge. Das heißt, der Styleguide sollte so sein, dass man auch weiß, wie man die Regeln, die da drinsteht, in der Entwicklung verwenden kann. Das heißt, ich möchte ja zum Beispiel, dass eine Software hinterher mal erweitert werden kann, vielleicht um ein weiteres Modul, dann ist es nicht besonders hilfreich, wenn ich nur sage, ich muss diese und diese Farben verwenden und diese und diese Schriftart und dieses und dieses Element, wenn ich nicht sage, wie das geht in der entsprechenden Umgebung. Das heißt, man kann das dann ziemlich konkret beziehen auf eine Programmiersprache oder auf eine Entwicklungsumgebung. Generell sollte man sich das merken, man muss nicht begründen, das habe ich schon gesagt, und man sollte werkzeugzentriert sein, denn ein Styleguide ist etwas zur Anwendung. Das trifft ja auch für diese Hersteller-Styleguides zu, zumindest auf die aktuellen. Die Älteren sind häufiger sogar noch, dass die fast ein bisschen philosophisch daran gehen und sagen, man sollte irgendwie gestalten nach dieser und dieser Vorgabe, Designvorgabe. Deswegen waren die alten Apple-Styleguides so interessant. Und es sind teilweise auch die Material-Design-Styleguides, weil die so breit angelegt sind. Aber zum Beispiel die Microsoft-Styleguides und auch die heutigen Apple-Styleguides sind genau darauf angelegt, auf die User-Interface-Elemente, die in den Widget-Sammlungen der Betriebssystemhersteller drin sind. Und die sind dann auch entsprechend angegeben. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich tatsächlich gestalten will. Wichtig beim Styleguide ist, baut den langsam auf. Versucht nicht, alles auf einmal zu gestalten oder alles auf einmal zu definieren. Fangt klein an. Fangt an mit Schriftart, Farben, Icons, Ein- und Ausgabefelder, Grundlayout. Und dann geht ihr weiter vor und vereinheitlicht dann immer mehr. Ihr nehmt dann also immer, wenn ihr eine Designentscheidung getroffen habt und die ist nicht nur für genau diese eine Stelle wichtig, dann schreibt ihr die in so einen Styleguide mit hinein. Das heißt, ein Styleguide muss immer weiterentwickelt werden. Es ist ein lebendes, atmendes Dokument. So, soviel zu Styleguides, Hersteller-Styleguides und eigenen Styleguides. Wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigen muss, dann muss man sich auch intensiver nochmal damit beschäftigen, die entsprechenden Styleguides angucken oder auch was drüber lesen, noch weiteres drüber lesen, wie man Styleguides anlegt. Da gibt es aber gute Anleitungen für, wie man das macht. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, auf so ein paar Grundideen und grundlegend zu beachtende Dinge, damit man weiß, wo man anfängt. Soviel für dieses Zusatzvideo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.